Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Wrath of the Lich King Classic und zwar mit Phase 4 unseren Eiskron Zitadellen Kills und heute gehen wir die Blutkönigin Lenefell im 25 Spieler Hard Mode an. Ihr seht schon, die hat 71,3 Millionen Lebenspunkte, das heißt ihr müsst hier wirklich zusehen eure besten DDs zu beißen. Es sollte keiner sterben, dass ihr genügend Damage habt, um sie zu erledigen, bevor sie in den Berserker Modus geht. Wir starten direkt ins Video rein und schauen uns den Boss mal an. Pull ist in 20 Sekunden, beide Tanks werden sich vor ihr dann hinstellen, wir drehen die zur Wand, dass die DDs hinten genügend Platz haben. Als Tank ist es ganz einfach, einfach nur den Boss überleben, mehr braucht er quasi nicht machen. Wir pullen den jetzt hier so, dass unser Parla Tank den tankt, einfach aus dem Grund, weil er aufgrund der erhöhten Rüstung und des Blockens die Möglichkeit hat weniger Schaden zu bekommen und dadurch bekomme ich als DK weniger Schaden und ich habe die Möglichkeit natürlich, jetzt wurde der erste Spieler gebissen. Ich habe die Möglichkeit natürlich, mich selber gegen diesen Schaden gegenzuheilen, während ich nicht am tanken bin. Deswegen hier der Parla Tank als Main Tank und ich als Off Tank. So, der erste Spieler, der gebissen wird, sollten wir denke ich gleich im Recount sehen, wie dieser Spieler nach oben geht vom Schaden her und dann wird als nächstes am besten euer stärkster DD gebissen. Bei uns wird es halt die Katze sein, die dann hier ordentlich Damage machen kann. Hinten seht ihr mit dem Pakt zusammenlaufen, der verursacht deutlichen Schaden und die Wolken nach außen tragen, die dürften wahrscheinlich dann auch gleich kommen. Steht verteilt wegen der AOE-Explosion, die ihr dann um euch herum macht. Hinten links seht ihr die Wolken. Und der Unterschied zwischen Hardmode und NHC ist vor allen Dingen, dass sie einen Buff bekommt. Den seht ihr hier. Der steckt jetzt schon auf zwei. Dieser Buff ist abhängig davon, wie viele Spieler zum Vampir sind, also wie viele Spieler gebissen worden sind. Und damit macht sie pro Spieler dann nochmal mehr Schaden. Das heißt, am Ende wird es euren Raid ganz schön zerreißen. Deswegen müsst ihr jetzt so viel Damage, wie es nur irgend möglich ist, verursachen. Der Berserker-Timer ist nämlich sehr krass auf fünf Minuten eingestellt. Und zu dem Zeitpunkt dürftet ihr 16 Spieler haben, die gebissen worden sind. Jetzt kommt gleich der nächste vier. Und in dem vier müsst ihr dann oder kurz nach dem vier müsst ihr dann auch schon bald wieder beißen. Ihr könnt das etwas hinauszögern, indem ihr den ersten Biss bis auf die letzte Sekunde hinauszögert. Also der erste Biss nach dem, den ihr freiwillig selber machen könnt. Den hinauszögern, weil dann müsst ihr nämlich erst jetzt beißen, wenn die schon wieder nach unten sinkt und nicht während sie ihren AOE macht, wo ihr verteilt stehen müsst. So, dann dürften jetzt vier Spieler bald gebissen worden sein. Wir sehen es hier im Raid-Tool. Also unsere Katze ist gebissen. Dann haben wir hier einen Krieger, der gebissen wurde. Der Hunter müsste ja gebissen sein, schon von Anfang an. Ich finde ihn gerade jetzt nicht. hier. Und dann haben wir noch einen Hexer, der gebissen worden ist. Das heißt, vier Leute gebissen und ihr seht es auch im Buff von der Blutkönigin. Die hat jetzt auch schon vier Stacks. Wir sind jetzt hier bei zwei Minuten noch Berserker-Timer. 50% Leben hat sie noch. Also ihr seht, wir haben drei Minuten gebraucht, um 50% ihres Lebens runterzuhauen. Ergo haben wir jetzt nur noch zwei Minuten Zeit, bis sie dann den Geist, äh, abgeben muss. Weil ansonsten macht sie mit ihrer AOE-Tickwolke, ja, bis auf die Tanks jeden als One-Shot tot. Nächster vier kommt gleich. Jetzt sind mittlerweile acht Leute gebissen. Und sobald dann der nächste Biss kommt, äh, der wird dann kurz nach dem, nach dem nächsten vier und dem Aufsteigen passieren. Dann wird HT gezündet und sie sollte dann, ähm, ja, das Zeitliche segnen. Jetzt nochmal schön verteilt stehen, dass ihr hier von dem Blutgeschosswirbel nicht gekillt werdet. Zieht da auch eigene Cooldowns und Gesus, wenn das möglich ist. Dann wieder in die Mitte. Beide Tanks sammeln sich wieder. Und jetzt geht's gleich los. Die letzten Bisse dürften jetzt gleich kommen. Und sie macht halt jetzt schon um einiges mehr Schaden. Ihr seht's auch, wie ihr Aura die Leute ganz schön runtertickt. Das heißt, auch die Heiler müssen jetzt die letzten Reserven, ähm, angehen. Jetzt wird alles gebissen. 15. Wo ist der 16te? Da sind alle 16 Leute gebissen. HT. Und jetzt haben wir noch 30 Sekunden Zeit für die letzten 20 Prozent. Jetzt wird alles rausgehauen, was geht. Ihr seht, wie schnell sie jetzt runtertickt mit 16 Spielern, die gebissen worden sind. Trotzdem wird es am Ende ziemlich eng. Ähm, vor dem 4 wird's auf jeden Fall im Berserker gehen. Das heißt, wir ziehen jetzt komplett durch. Nur noch die Sachen, die unbedingt notwendig sind, raus tragen. Und die letzten 10 Sekunden laufen. 5 Prozent hat sie noch. Und 5 Sekunden vor Enrage ist sie dann Geschichte. Und das war der Kill von Blutkönigin Lanafell im 25-Spieler-Modus HC. Schwierigkeitsgrad. Ihr seht, ein empowertes, äh, Emblem ist mitgetroppt mit dem normalen 25er-Set-Token. Das heißt, hier könnt ihr dann euer 264er-Set-Token zu Level 277 aufwerten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns die nächsten Bosse im 25er-Hard-Mode ansehen werden. Bis zum nächsten Mal. Tschau!